Hallo Sonja, hallo everybody, ich grüße alle. Ich freue mich heute, ich hoffe ihr könnt mich gut hören. Ich krieg sonst Bescheid von Sonja. Die Übung, die ich heute mit euch mache, das Herz öffnen, ist für mich gerade für das Tai Chi Tag wichtig. Für mich geht es bei den Tai Chi Tag darum in Kontakt zu kommen. I want to connect with everybody who is practicing with us today and also to connect with people who can't practice with us today, with this exercise. Opening the heart, it can be a small movement or a large movement. It can be like, I'm holding everybody in my arms, like a welcome. Es kann eine Begrüßung sein oder ein etwas schüchterner Übung. Wir beginnen einfach mit Dantian. Leben die Hände nach vorne. Wir beginnen mit dem Dantian. Und bring the heart between our hands. Slowly open. Slowly close. Good Erden. Sink into the ground. Relax your back. Relax your chest. Den Brust entspannen. Schau zwischen deine Hände. Look between your hands. Like a flower opens. Wie eine Blume öffnen. Sonne entgegennehmen. Reach the sunshine. Close your flower. Like at night time. Wie nachts eine Blume öffnen. Reach the sunshine. Close your flower. Like at night time. Wie nachts eine Blume öffnen. Weitens. Weitersprung. Protect between your hands. Your heart. Wie ein Schützen. Wie ein Herzschützen zwischen deinen Händen. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, die Augen zu schließen oder in die Weite zu schauen. Nicht auf mich schauen. Vielleicht hast du einen schönen Blick aus dem Fenster oder in der Natur. Einfach im eigenen Rhythmus, im eigenen Tempo. Aufrichten und sinken. Öffnen und schließen. Die Welt vor dir, neben dir, über und unter dir Spuren. Alle begrüßen. Jeb. Schlauze. Ich bin. Scheiße. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. So, was ist für dich heute wichtig? Mischst du gerne nur ein wenig öffnen, dann ist es so. Wenn du das Gefühl hast, kannst du die Welt umarmen, feel you want to embrace the whole world, open wide, or open shyly. Will we pause a moment, stroke three times from your heart, to your lower dungeon. So, we can repeat a few times. And this time, feel your whole yin side, yin side of the body, spuren, off, wrist, in the arm, in the hand, in the finger. Spuren jetzt die Yangseite, Außenarm, Rücken, Mingmen. Mingmen, Rücken, Außenarm, Innen, zurückkommen. Come back to the inside of your body, inside arm, your chest, your stomach. The stomach, the chest, the inside arm, and outside arm. Back, Mingmen, open. And the same way, back again. From yang, to yin. The breathing is natural. Just forget it. Find your own rhythms. Find your rhythm. Speaking. Sink. Connect the sky. Connect the Earth. Connect the Earth. Think of your heart as a flower, which opens to receive and to give. Closes to protect the body, keep three times from the heart to the lower gantia. I hope you enjoy your day and with my statue here, be inspired by the smile. Bye bye and thank you Sonia for inviting me. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020